Ich arbeite weltweit, das heißt, die Erfahrung, die ich heute bringe, ist nicht nur aus Deutschland, sondern auch richtig von überall auf der Welt. Ich erkläre mich als Geschichten- oder Story-Collector und das ist meine große These. Ich fange mal an, erst mal, was mache ich überhaupt? Ich habe zwei Zentrumspunkte. Eine ist das, was der Dr. Heusel mir gesagt hat, das ist dieses Customer Intelligence. Man könnte das Data Mining nennen, man könnte das Machine Learning nennen. Ich mache das seit dem Anfang der Axte. Meine allererste Kundin in Deutschland war übrigens hier in München. 1983, die Erzbischöfliche Finanzkammer, katholische Kirche. Also mehr in der Pause über ein Bier, wenn Sie mehr hören wollen. Aber das ist eine wahre Geschichte. Aber wenn ich mit meiner Mutter spreche, kann ich nicht sagen, Data Scientist oder Customer Intelligence, sie versteht das nicht. Deshalb erkläre ich mich als Datenflüsterer. Data whispers to me. Das ist ein Thema. Die andere Thema aber ist meine Hauptthema für heute und das ist diese Kundenorientierung aus der Kundenperspektive. Und da möchte ich Ihnen einige Geschichten erzählen. Es fängt an mit Kundenorientierung. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz habe ich noch nie einen Unternehmen kennengelernt, der nicht kundenorientiert ist. Übrigens, ich habe auch keine Firma auf der ganzen Planet kennengelernt, der nicht kundenorientiert ist. Wir sind alle kundenorientiert. Wir müssen alle unsere Ziele fokussieren. Wir müssen alle verkaufen. Wir müssen alle liefern. Wir müssen alle supporten. Es ist egal, ob wir im B2B- oder B2C-Bereich. Wir wissen, das Individuum ist wichtig und wir müssen auf diese Leute dann ein gutes Erlebnis, sogenannte Customer Experience. Das machen wir alle. Das machen wir alle dann durch unterschiedliche Sachen. Es gibt alle neue Trends, es gibt Big Data, es gibt CRM, es gibt Data Warehousing, es gibt Marketing Automation, es gibt die neuen Social Medien, es gibt diese Mobil, es gibt neue Kanäle und, 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 und. Und wir haben selbstverständlich auch die Neuromarketing, der hilft uns, die Leute dann anzusprechen, ein bisschen zu definieren, sodass wir besser ansprechen können. Alles wichtig, egal von welcher Branche Sie kommen. Und jetzt eine Frage und bitte helfen Sie mir. Ich bin der Armee, der ein bisschen Deutsch spricht und ich brauche manchmal Hilfe. Wie viele von Ihnen haben hauptsächlich Konsumenten als Kunden? B2C. Okay. Wie viele von Ihnen haben hauptsächlich B2B, also im Geschäft? Ja, das ist so ungefähr das, was ich immer finde. Zwei Drittel B2B, ein Drittel B2C. Überall auf der Welt. Also in den letzten Jahren habe ich überall in alle fünf Kontinente Vorträge gehalten und diese Balance ist immer richtig. Und das stimmt immer. Wir versuchen alle kampfhart, das richtig zu machen. Aber es reicht nicht. Also diese Art und Weise von Kundenorientierung und alles, was wir da tun, ist einfach nicht genug, um vorwärts zu kommen. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, alle unsere anderen Konkurrenten, bekannt und unbekannt, versuchen das auch zu tun. Aber viel wichtiger ist, wenn wir das aus einer anderen Sicht. Und das ist für mich jetzt vielleicht das Allerwichtigste, was ich Ihnen beibringen heute können, ist, alles auf einmal sind Sie nicht mehr Unternehmung. Sie sind Kunden. Sie sind Individuum. Sie sind eine Person. Sie sind in der Mitte. Und wir versuchen darüber zu sprechen, verkaufen, einkaufen. Schauen Sie die Wörter an. Sie sind jetzt der Person in der Mitte. Zielen. Verkaufen. Liefern. Supporten. Sind das die Wörter, die wir als Kunden nutzen würden, um diesen ganzen Prozess zu beschreiben? Hallo Liebling, ich bin heute verkauft worden. Ja? Ja, ich bin ein Lead. Ich habe mich als Lead gemeldet. Die Wörter nutzen wir nicht. Das sind unsere Wörter, unsere Kundenorientierung beizubringen. Und wo ich angefangen habe mit dieser Kundenorientierung, ist, als ich festgestellt habe, wir müssen das alles ändern. Wir müssen als Kundensicht andere Wörter nutzen. Wir nutzen Wörter wie herangehen, kaufen, erhalten, nutzen. Und wenn wir ganz einfach anfangen, andere Wörter zu verwenden, alles auf einmal haben wir einen anderen Perspektiv auf alle die neuen Themen, die wir heute haben. Aber das Interessante für mich ist, es hört nicht da auf. Eigentlich in jedem Gehirn, wenn wir eine Entscheidung treffen, fangen wir an mit einem Prozess. Es fängt an mit Bedürfnisse. Dieser ganze Kongress hat viel mit Bedürfnisse zu tun. Wir gehen durch Recherche. Wir gehen durch eine Entscheidung. Wir gehen an unsere Entscheidung heran. Wir können dann kaufen, erhalten, nutzen und wir haben auch eine Erinnerung. Es könnte wohl etwas ganz Einfaches sein. Zum Beispiel, heute habe ich die Wahl zwischen Sprudel und Nichtsprudel. Ich habe Bedürfnisse. Ich kenne meine Option. Ich weiß, was wichtig für mich ist. Ich habe mich für naturell entschlossen. Cheers. Es ist cool, es ist nass, es ist genau richtig und ich habe schöne Erinnerungen daran. Also dieser ganze Cognitive Psychology Prozess ist den Psychologen sehr, sehr, sehr bekannt. Aber wir in Marketing und Vertrieb und versuchen unsere Kunden zu verstehen, das haben wir viel zu lang vernachlässigt. Warum ist das für mich sehr wichtig? Weil wir haben alle Bedürfnisse und ich brauche Ihnen hier überhaupt nichts über Bedürfnisse zu sprechen. Wenn ich mit Herrn Häusler auf der Bühne bin, dann lasse ich ihm das Ganze über Bedürfnisse. Der kann das viel besser erklären als ich. Aber ich möchte mit einem vielleicht einen alternativen Folien das darstellen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Bedürfnisse können wir in drei Teilen. Wir können das in Nutzen, Soziales und Emotionales. Dieses hier übrigens ist sehr, sehr, sehr gut für Vorstand. Manchmal, also ich weiß jetzt nicht, in welchem Limbus-Segment die Vorstand sind, aber manchmal verstehen die das manchmal. Also ein einfaches Bild ist für die manchmal einfacher. Und wenn wir alle wissen hier, dass 80 Prozent von allen Entscheidungen, ob geschäftlich oder privat, mit sozialem Emotional zu tun hat, also das balanciert sich alles rum, die Leute fangen an zu sagen, ah, es ist wichtig. Übrigens, ein Grund, warum ich diese Folien zeige, unsere Product Managers für unsere Produkte sind da ganz links. Nutzen, Feature, ja, toll, wir werden erfolgreich, wenn wir noch ein Feature haben. Da war ein Vortrag früher, heute zu sagen, Produkt muss im Zentrum stehen. Aber Produkt muss im Zentrum stehen bei der Soziales und Emotionales. Nicht unbedingt, weil wir noch zwei Features haben. Und manchmal, wenn ich aus dieser Kundenorientierung, ich spreche mit allen Leuten, IT, Marketing, Vertrieb, also Kundenbetreuung, Product Marketing. Wer hat am meisten Probleme, das aus Kundensicht zu sehen? Product Marketing. Interessant, gell? Standard, freundschaft! However, es ist kid. Untertitelung des ZDF, 2020